viel besser ist als Deutschland. Die meisten haben mir recht gegeben, aber ihr wolltet mehr Punkte auf der Liste, damit ihr mir folgt. Let's go! Die Deutsche Bahn war übrigens wegen dem letzten Video ziemlich beleidigt und kommentierte, dachte die Schweiz wäre da neutraler. Kommentiert einer, schadet, dass eure Kommentare pünktlich sind als eure Züge. Deutsche Bahn konnte es aber nicht lassen und schrieb wieder, 93% unserer Regiozüge sind pünktlich. Worauf ich meinte, 93% der Gäste haben dabei keinen Sitzplatz. Lasst es einfach, keiner mag euch. 10. Ricola. Wer hat es erfunden? Wir. Dann geh doch in die Schweiz zurück, wenn es so toll ist. 10. Deutsche haben keinen Humor. 12. Toblerone. Was hat Deutschland? Milka? So was würden wir nicht mehr unseren Hunden geben. 13. Schweizerdeutsch ist richtig sexy und jede Frau findet es süß. Und ich meine süß haben Frauen zu dir generell noch nie gesagt. 14. Einer meinte, Österreich ist besser als die Schweiz. Ich habe ihn zurechtgewiesen und ihm zum Nachdenken gebracht.